So Nachbarn, es geht weiter mit Sniper Elite Teil 2. Willkommen zurück. Wir schleichen uns noch immer... Da hinten müssen wir hin. Oh, wieder Zeppelin. Schön. Wir schleichen uns noch immer hier durch die Gegend. Ich weiß, wobei ich nicht direkt bin. Da hinten war schon einer. Dass hier gleich eine riesen Rotte an Gegnern ankommt. Mal gucken, wie wir die dezimieren können. Oh, ich muss mal kurz das Ding holen hier ein bisschen. Oh, Entschuldigung. So, ist besser. Deckung. Fänglas. Hallo. Oh, guck, der grimmig. Der ist sauer. Drei. Vier. Fünf. Ach, die kann man markieren? Ja, Mensch, warum sagt mir das denn keiner? Ach. Und schon ist das Spiel easy shit. Was ist denn heute los? Na, wie nervt mich ein bisschen. Hey, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen. Da gibt es so ein geiles Video. Ich werde es nachher mal verlinken. Das ist echt cool. So ein Cosplay. Einer als Link. Und so ein Mädel als Navi. Das ist der Hammer. So, ähm, okay. Gehen wir mal da lang. Oh, scheiße. Jetzt, die sehen mich, wenn ich hier lang gehen, sehen die mich doch bestimmt, ey. Was mache ich denn jetzt? Ach, mal gucken. Hier war irgendwo, hier war so ein Special-Ding da. Ja, natürlich muss ich es nochmal einsammeln. Ach, nee, ist eine Mumpe. Ich glaube, das wäre irgendwie was Besonderes. So, schnelle Deckung. Die laufen ja auch noch so ein bisschen doof rum. Das kann man bestimmt benutzen. So, machen die auch noch irgendwas? Wee, wee, wee. Passiv. Ach, guck mal, der wird angezeigt hier. Corporal. Aha. Obergefreit da. Wo war er? Glance Corporal. Und er? Hundemarke entfernen? Was? Ach, so ein Quatsch. Ein Lieutenant. Und hier? Glance Corporal. Ne, die laufen da noch so ein bisschen doof rum. Da können wir, glaube ich, relativ gefahrlos... Wie soll ich denn da hin? So, jetzt da lang? Ich bin ja so gern an das MG-Nest da oben. Ach, Nachbarn. Das ist ein relativ langsames Spiel. Der Rauch ist ganz nett. Nicht überragend, aber nett. So. Warum kann ich denn da nicht rein? Keiner Quatsch. Das ist ein Krieg. Das ist ein Krieg. Entdeckung. Oh. Ja, ist gut. Mann. Ist klar. Jetzt weiß er, dass ich hier bin. Und jetzt? Bin ich im Arsch. Leg dich hin. Der sieht mich doch hier. Was ist das? Das ist doch scheiße. Die Entdeckung. Woher weißt du denn, dass ich da bin? Ich habe auch keine Anzeige, wie gut ich versteckt bin oder so. Warum kann ich nicht hier rein und da und da um die Ecke? Da, los. Rein da. Mal hier rüber. Ist das so ein super Scharfschütze? Man kann ja sowas nicht. Ach, ich gehe einfach um meine Altzbeckwaffe, den Stein. Oh, ne. Boah. Hier, schmeißt den mal dahin. Was war das? Ja, was war das, ne? Geh mal gucken. Und dann dahin. Wer ist hier denn? Wer schießt denn da auf mich? Habe ich da einen übersehen? Wer ist hier? Nein, der sieht mich doch. Alter, die Augen auf. Ja. Ich habe irgendeinen übersehen, Leute. Da oben der... Scheiße. Da hat es gefunkelt. Vielleicht kann ich den ja von da hinten ausschalten. Lauf! Hier ist Rauch, hier bin ich bestimmt sicher. Ach, Gott. Lauf! Und Deckung! Oh! So, wenn ich jetzt den da ausschalte, dann ist doch... Warum sind die anderen Hundemarken jetzt hier... Warum sind die anderen Hundemarken jetzt hier... Wissen, das? Blong, 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 blong. 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 Und... Alter, den hat sie zerbämpft. Ich weiß nicht, wo ich bin. 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 Heute klappt irgendwie gar nix, Leute. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Nein! Nein! Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. Ist das gemacht? Ich weiß nicht, wo ich bin. Ich weiß nicht, wo ich bin. das läuft doch ein super scharfschütze hallo ich will die thompson schön hirn deckung Scheiße. Gewegt er sich noch? Hm. Los, Stein! Der guckt da nur doof rum. Hm. Was ist das denn jetzt? Was war das? Geh mal gucken. Ich werde dich finden. Was? Jetzt will ich mich verarschen. Hör auf. Mann. Wie soll ich hier starten? Ach Gott ey. Der Lappener. Gehen wir zu an den Rand. Guck mal, wer mich nicht sieht. Und kabam. Suchen. Aufheben. Und wegschaffen. Ja. Ich hab grad jemand gesehen. Ja, hier geht's runter. Scheiße. Ja. 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 Ach. Wer hat mich denn da gesehen. Okay, weiter geht's. Hier der in den Knopf Wool. Oh man, da soll ich hin? Du und du und du Okay, 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 okay ok ok kombiniert scheiße ja das ist ja ungeil jetzt kommen zu let's play wir krabbeln auf dem boden ganz ehrlich spannend ist das jetzt irgendwie nicht mehr nervend wenn der andere und hier bauchlage machen muss geil schweres gerät jawohl kann ich da hoch bitte kann ich da ach du scheiße wir machen das jetzt ja das haben sie gehört ist klar ist klar man scheiße nein geh weg wo ist mein stein wer ist hier denn wer ist da denn wir identifizieren dich nicht scheiße scheiße nein geht weg sucht weiter fuck haltet die augen auf keine gefahr genau keine gefahr jetzt geh weg man geht doch einfach nein das ist doch keine gefahr hast du nicht hier dann den kommandanten wird ja gut ganz schön nervig leute leute vielleicht kann ich den jetzt ja alleine umlocken war Ach, Mann, Leute, ey. So, jetzt gehen wir hier in den toten Winkel. Das Blumenbeet. Ich würde echt gerne da hoch jetzt. Oh, scheiße, scheiße, scheiße. Hopp. Geh weg. Was hat der denn gerade für Zuckungen... Dove, dove Deutschen. Die Deutschen, ja, genau. Oh, scheiße. Sieht mich doch gleich. Die Leiche da rum. Okay, Freunde, bis bald geht der Fahrt im nächsten Part. Tschüss.